Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge Tee, Tee, Motherfucking Tee an meiner Seite. Das eine T steht für Tim. Das eine T steht für Tim, der ist nämlich dabei und soll sagen, wer flässt, dann haben wir natürlich auch wieder Splatternähen und dann haben wir zwei absolute Premieren. Einmal den Shunfucking Tao, mit dem ich übrigens vor ewigen Zeiten Qualifier gespielt habe, deswegen kuget einfach mal unsere beiden Namen für den ganz altes Gameplay. Und wir haben Bahad mit Bart, der übrigens sieht man bei Twitch, abonniert ihn, bitte bei Twitch. Auf mich wurde geschossen. Achtung! Warte mal, Johnny's Trader. Ich stand neben dir, beruhigen Sie sich. Ja generell, Badekar und ich beide sind relativ kurzfristig eingesprungen. Ist einer meiner absoluten Lieblingsmaps, by the way. Ich kann euch mal ein bisschen mehr von der Map zeigen. Aber allein, es gibt Fässer, das ist witzig. Kann man am Anfang angeschossen sind immer noch? Au! Okay Splatterman, darüber müssen wir reden, bitte hock dich mal in die Ecke. Vlesk ist gerade explodiert. Ja, dann nehmen wir auf den Passgeschossen. Wo soll ich mich hinab? Hier in die Ecke? Hier in die Ecke, ja. Okay, was läuft denn los? Warum haben Sie das Ding abgeschossen? Weil keiner in der Nähe stand und ich deswegen wollte, dass das Ding weg ist. Warum hast du das Battle gewundert? Ja, weil ich neben dem Pass stand, während irgendwer darauf geschossen ist. Okay, also war das tatsächlich jemand in mir. Splatterman, was sagen Sie dazu, dass Sie offiziell gelogen haben? Ich hab nicht gelogen. Ich dachte, die Range ist nicht so groß. Also würden Sie sich darauf berufen, dass Sie giga-dumm sind. Schatau, schieß mal in die Luft. Das würde ich gerne sagen. Hier ist der, wer ist denn das? Der Turbo zum Passgeschossen. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Poltergeist. Wart? Was? Oh, ich will mich schon wieder jemand töten. Ich hab fünf im Spiel. Okay, okay. Hier ist Johnny bei mir oben. Ich stehe auch gekommen. Sag mal, kannst du einmal so durch alle deine Waffen durchs Ritschenball? Ich? Klar, hier, Crowbar, USP, Shotgun, Incentivary. Ey, das heißt USP-Stick, Mann. Was ist denn mit Tim noch? Hier, pass auf. Das ist hier Incentivary. Das ist hier Incentivary. Ich guck mir das alles hier hin. Dann sollte da Tim eher runter. Oh, oh, lol. Ja. Hä? Warum? Alter, es explodiert hier alles. Ich hab voll Angst. Ich geh wieder weg. Tschüss, Laura. Ich geh auch weg. Tschüss, ciao. Ich werde da nicht wundern, du fliegst jetzt gleich ein Stück. Okay. Au. Das warst du. Ich lebe. Herrlich, nicht runterkicken, Johnny. Ja, bitte? Du machst das immer. Hat einer geschossen. Wolltest du abhauen? Hm, vielleicht nicht. Geh weg. Tim, was hast du gemacht? Ich hab Johnny da gerade getötet, glaube ich. Äh, Tim? Oh, Leute. Ich hab Tim, ich hab Tim. Hä? Confirm. Wie macht man das nochmal? Ja, da hat er einfach Johnny weggemacht. Okay, okay. Okay, Presk ist es nicht? Es können noch Splatter-Main sein. Ja, Splatter-Main. Ich bin hier unten alleine. Hier ist keiner. Ey, warst du nicht, ey, ich bin doch bei dir. Ja, Tim hat Johnny weggemacht. Tim ist einer bei dir ist Splatter-Main. Ey, einfach so auf offenem Feld, Alter. Ey, Bartolomeos, ey. Bitte machen Sie es nicht. Schießt man die Luft damit? Ja. Hier. Oh, die machen, Alter. Also, Chris oder Bartolomeos? Wer von euch ist es? Schießt man die Luft, Antau? Hab ich schon vorhin, Johnny. Ah. Das hab ich aber nicht. Warte mal, ich muss erst mal meine Waffe wechseln. Lass mich in der Klasse weg. Ja, wir kommen, wir kommen, wir gehen nach ihm. Ich glaube, Chantau ist es, glaube ich. Ne, ne, ich war gerade neben... Ne, 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 ne. Er hat mir auf jeden Fall Tim umgebracht. Na, kann ich unter euch ausmachen. Also, ich würde sagen, es ist Chantau. Ihr kriegt ja Overtime. Der hat mich am Anfang auch angeschossen. Der einzige ist es auf beide. Es ist weder Chris oder Bart. Ja, genau. Also, ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Bart hat gerade, oder? Was war das? Eine Shotgun habe ich gerade in meiner Hand. Ich habe doch gesagt, das ist ein Shotgun. Ich habe in die Luft geschossen. Ich bin leider getroffen. Wo ist denn... Hey, what the fuck? Oh, irgendwer ist tot. Ja. Johnny liegt da hinten. Ja, Johnny war schon vorher tot. Ja, aber hier liegt noch ein Panda. He, he, he. Zafresst hast du. Ja, keine Ahnung. Schieß doch einfach mit mir auf Chantau. Ja, du hast halt Johnny auf offenem Feld weggemacht, Stücke. Wenn ich dich da nicht wegmache, dann dauert dich halt umgebracht. Es gibt also nur zwei, ne? Ich dachte aber auch eigentlich, du könntest mich reviven. Hast du schon eine Waffe gekauft? Ah, ich hatte leider keinen Credit mehr. Ich dachte, es geht noch. Scheiße. War aber auch trocken, muss ich sagen, Tim. Ja, ich habe da gerade in dem Moment den Header gesehen. Ja, war auch okay. Also, ich muss sagen, du hast ja auch normal weitergeredet. Du hast dann gesagt, ja, ich habe den umgebracht. Das war Chantau ist bei mir. Chantau ist bei mir. Chantau! Chantau! Hallo, hallo, hallo. Kurz Frage, warum konnte ich in der Preparing-Phase runtergeschossen werden und habe mich dann nicht geheilt? Ich war einfach 34. Echt? Ja, wirklich. Das sollte echt gehen. Warte, ich muss euch... Nee, das ist mein Büro. Du bist doch hier... Oh, Entschuldigung. Das ist mein Kredite. Was können sie mir für diese Schockgall anbieten? Äh, nur Schneifer. Warte, hier. Ne, ich will Geld. Okay, du willst Geld. Okay, dann musst du Banken austragen. Hier, wir kiffen ein bisschen. Oh, das ist gut. Ach du? Chantau möchte unser... Oh, guck mal, ich habe noch mehr Dinge, die ich dir geben kann. Oh, Mann, ich bin nicht so geschickt darin. Hast du irgendwo versteckte Fallen? Ach komm, scheiß drauf, ich gebe dir meinen Stuhl, Alter. Alter, 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 Alter. Nimm meinen Stuhl, jetzt für die Shotgun, nimm ihn jetzt. Hast du nicht irgendwo so eine Hand schon drauf? Ich bin stuck. Oh, hallo. Nee, ich meine generell irgendwie versteckt, nicht als Twitter zum Beispiel. Ich bin bei Kursio. Fahrt ist auch noch hier. Ja. Du gehst da drauflegen. Und der kann mir jetzt nicht folgen, weil ich mach jetzt Ninja Vanish. Guck mal, ein Stuhlgang. Das ist jetzt Feuer. Flask? Okay, ich habe einen Shotgun-Schuss gehört und Flask sagt nichts mehr. Ach, ich mach die Tonne da hinten weg. Hallo, hallo. Ich bin ein DRL-Boote. Ich habe nur Angst um dein Leben, du Arsch. Wir machen jetzt einen Stuhlgang. Was machst du? Ich habe die Tonne weggeschickt. Okay, klar, alles klar. Schatz, der Stuhl ist weg. Ich habe aber noch mein Paket. Warte, ich bin... Ich bin DRL-Boote. Ich bin DRL-Boote. Ah, das ist jetzt wieder eine DRL-Boote. Oh, mein Gott. Ich bin DRL-Boote. Was, labras, 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 labras. Ich bin DRL-Boote. Ich bin DRL-Boote. Nimm das nicht weg, das Paket. Ich habe eine Packung für dich. Alter, wie Toni, ist es so... Es wird mir gefallen, Alter. Das war halt, ich werde immer mal machen. Das war leise jetzt. Traitor. Was? Was? Bitte sag, du warst Traitor. Oh nein, oh mein Gott. Was ist passiert, erzählst du mir. Ich habe ja gesagt, ich bin DRL-Boote und Bart hat sich das im Paket so interessant angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Packung für dich und ihm Hedda gegeben. Ah, ich bin so lustig. Hui. Junge, Junge, Junge. Ah, damit auch keiner... Ah, wie soll ich mich wegmachen denn? Oh, lol. 10 Minuten hinter dir hergerannt. Lol. Und ich weiß nicht, warum du auf einmal auf eine... Sonny, mach mich doch mal weg jetzt. Komm. Bissbart. Ah. Du lässt, bist du noch da? Ja, ich habe ihn umgebracht. Oh mein Junge, Schatau, hast du mich angeschossen gerade eben. Er ist halt die ganze Zeit vor mir hergelaufen und der hat halt eine Sniper aufgenommen. Oh lol. Ich fand auch für keinen Grund, der hat gesagt, der macht mich doch mal weg jetzt. Und dann habe ich das gemacht. Christo, was machst du hier? Ich warte hier. Oh, schönes Wetter? Ja, schönes Wetter wäre gut, dann kann ich endlich rausgehen. Ja, Flass, das... Also... Ja, abonniert Flass auf Instagram, dann sind wir garantiert wieder Freunde. Ah, es ist Schatau. Es ist kein One-Shot. Es ist Schatau. Okay, Tim? Ja, ja, der ist auf dem Dach. Wo ist die Leiche? Das ist... Oder sagst nicht, aber... Der ist auf dem Dach. Pass auf die Leiche auf. Ja, die habe ich schon runtergeworfen von Bart. Sehr gut. Komm aufs Dach, wir machen 2v1. Der ist ein Lappen. Ja, aber... Ich meine, da ist ein kleiner Gang hoch, ne? Ich stehe halt am Eingang so. Aber ich trau mich nicht, weil ich kack-ähme. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Attacke! Okay. Ähm... Äh, Tim? Ja, ja, ich bin noch da. Ich such den gerade. Was für den Eingang? Naja, von diesem Häuschen da. Achso. Also ich bin jetzt oben auf dem Dach. Wo ist der denn? Wo bist du denn? Da ist er! Oh, das bist du! Oh mein Gott, sorry, sorry, sorry. Ja gut. Ähm, ich würde sagen, wir sind ein mega gutes Team. Hä, wie ist der denn? Wie hat der sich denn verpisst? Ja, okay. Wir haben ungefähr 6er oder... Ah! Äh... Mein Wecker geht gerade. 360 Nosecope! Ich bin der DAL-Boote! Er ist auf dem Dach. Er ist auf dem Dach. Schon taucht Schild zum ersten Schild. Ich war nicht wo. Ich find's aber auch schön, dass unser Spill-Meeting ist jetzt fast anderthalb Stunden her und dein Wecker ist auf 12.15 Uhr. Bruder, unsere Aufladung ist um 11.30 Uhr, das Meeting um 11 Uhr. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann echt nicht sagen, warum der auf 12.30 Uhr gestellt ist. 12.15 Uhr. Ich hoffe, das sind jetzt keine Hard-Feelings bei uns, ne? Nö, wenn du, solange du mein Instagram fleißig plackst, alles cool. Splend Man? Aber leg das bitte auf, klug dich rein, sonst folgen die Leute nicht. Leute, bitte folgt. Guck mal, man kann nicht runterspringen. Oh, hier sind Orangen und Hoch-Kumpayers und Kauly. Wer hat so laut geschrien? Oma Hilde. Oma Hilde. Wie ist das jetzt eigentlich? Kauf ich damit Flas quasi? Weil ich kann ihn ja töten quasi, aber... Ja, alle. Weil die sagen so, oh, ich liebe das Naul, aber du tötest ihn dann lauernd, dann kann ich nicht reden, ne? Ah, okay, ich verstehe. Ja. Aber du bist auch, ich hab dich auch relativ leise gemacht. Was hast du da gemacht? Tümmertes Messer, oder? Äh? Okay, dann geh ich einfach näher an mein Mikrofon ran. Was machst du dann? Ah, Johnny ist bei mir, ah, Junge. Okay, Splenderman, darüber müssen wir mal ganz dringend reden. Ja, ich hab mich extra in der Tür versteckt, damit du mich nicht findest, aber du bist nicht da herglaubt. Ich bin tot, ey. Du hast einen Tümpfer. Ah, stopp, stopp, stopp. Was machst du denn? Ja, ich hab ihn getötet. Ja, warum, du dummer Idiot, Alter? Warum töte ich dich denn da noch? Ich hab eventuell ein kleines Problem. Ach, Mann. Das ist nicht so optimal. Scheiße. Alter, ich, ja, ich kann da. Ja, gut. Okay, wie stuck bist du denn? Ich bin stuck, stuck. Okay, dann würde ich sagen, bin ich so fair und komm zu dir, oder? Äh, ja gut. Ich könnte einen Power-Move probieren. Ha, bin ich mehr stuck. Insane, McKennie. Dann hätte ich vielleicht nicht so lange chillen sollen. Warum? Doch. Nur so. Lalalalalalalalalalalalalala. Ah! Ich lach gerade nach dir. Ich bin doch verarschen, Alter. Warum hörst du auch zu singen, Johnny? War doch toll. Johnny! Oh, 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 ich hab so eine gute Idee, Johnny. Ja, mach doch, mach doch. Okay, das ist doch keine coole Idee. Doch, 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 doch. Wenn der Move funktioniert. Okay. Wir machen das jetzt. Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Halt's Maul. Oh, guys. Okay, ist das das, was Fles die ganze Zeit macht? Mit dem runterspringen und unten wieder rein? Nee. Macht der das immer? Das ist Elite. Okay, okay. Mann. Das können nur richtig krasse Menschen. So wie ich. Ich stehe so in der Küche, will eigentlich wieder das Paket aufnehmen und merke, dass ich ein Messer in der Hand habe. Ja, aber es war cooler mit dem Job. Was hast du denn gemacht? War wirklich cool. Ich hab den Blink genutzt und bin damit halt runtergejumpt und dann wieder reingeblinkt. Alter, Christo, das war halt wirklich komplett dumm. Ich hab halt nicht zugehört, was die gesagt haben. Aber ich hätte dich nicht killen sollen. Ich wusste eigentlich bei so einem Traitor, du kommst in die Küche und schießt mich ab über den Haufen. Vor allem, ey, Mann, Tim lacht sich, Tim ist Traitor, lacht sich mega kaputt, wie ein dummer ist. Und es klappt einfach. Ist ein Messer mit Rechtsklick One-Shot oder wie ist das? Ei, Bart. Nee, nee, das haben wir weggekommen. Beim Büro, willst du reinkommen? Ja, klar, ich lass dir was hier, guck mal. AWP ist wirklich verboten, ne? Wacken? Nee, tolles Bild. Oh, lol. Keine Spiel. AWP ist verboten, ne? Nicht du gar nicht. Hier ist Fless. Ha! Ha! Ich überwinde jetzt sowas in der Hand, das krieg ich Angst. Oh! Hast du jemand weggeflogen gerade? Äh, da könnte mir ein kleines Missgeschick passiert sein. Ich weiß leider nicht mal, wer es war. Alles du was bei mir? Kann ich nicht töten, okay? Ne, meine. Ähm. Ach, du bist ja heute nur, ne? Ja, ja. Ah, warte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh Gott. Ah! Oh, nee. Hi-Fless. 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 Was hast du in der Hand? Oh, da ist aber ein Risky-Gerung, oder? Oh, wer ist hier? Ein Chobotill ist bei mir. Achtung, hier, der brennt. Ist egal, ich bin Feuermann. Feuermann, der größte Mann in deinem Feuer. Feuermann! 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 Jungen! Ist das so ein Fernsehwitz, den ich nicht verstehe, oder? Ne, das ist einfach... Lauf niemand. Ich glaube, das ist einfach... Oh! Hier sind, äh, Frosche. Eigentlich mag ich Frosche, aber die mag ich nicht. Oder so ein Schildkröte. Quack, quack, quack! Was meinst du mit Froschen? Wir sind jetzt tot, ne? Wir sind tot, ne? Ich bin nämlich kein Tierschützer. Da steht Johnny. Ist Johnny vielleicht der Froschmann? Ich bin auf jeden Fall der Froschmann. Du bist also CDU-Wähler. Johnny ist nicht so der Frosch-Wähler. Der spielt ja auch Orbital-Laser-Alarm. Ja, aber die lagen halt den Weg nach oben, und Johnny ist oben. Aber warum sollte Johnny den Weg nach unten für sich versperren, wenn er potenziell noch Leute töten muss? Der Weg ist versperrt. Jemand, der unten war, ist Trader, vielleicht ein Splader-Man. Der will, dass Johnny nicht runterkommt, weil Johnny der insaneste Spieler ist hier. Absolut! Also bis jetzt in dieser Runde, mega krass. Hab ich verstanden, auf jeden Fall. Mega intelligent! Danke! Mega intelligent! Ich bin hochgekommen. Hä? Ich bin hochgelaufen. Ja, okay. Also, Bart beschuldigt dich. Du weißt, er ist auf dem Dach. Auf Ehre, Bruder! Du bist auch sofort aufs Dach. Ich kann mich auch gerne verstecken, wo es ist okay? Fles, wie geht's dir? Hallo! Hallo! Das war grad bei mir. Wie geht's? Wie geht's Tim? Ich habe auch gefurzt, guck mal. Tim! Blutsbrüder. Okay, Vlesk und Splader-Man. Okay, ich bin dabei. Komm hier, wir bauen eine Barrikade. Okay, jetzt habe ich Angst. Jetzt kann es auch Johnny sein. Ich war eigentlich nur im Kreis die ganze Zeit. Aua! Johnny hat man Damage gemacht! Ah! Wirklich? Oh Gott! Christus ist bei mir. Komm hier, Bart. Haben sie sich ja versteckt? Johnny, ich weiß doch, wie gut deine Werwolf-Plays sind. Oh, hei. Ja, aber bei Werwolf gebe ich mir ja Mühe. Werwolf? Alter, Vlesk, warum bist du denn immer noch hier? Hau mal ab, bitte. Hallo. Sehr gut. Ja, wirklich gut. Danke. Insane. Du natürlich auch. Aua! Ich habe Scham durch irgendwas bekommen. In der Küche. Hä? Vielleicht hast du auf den Herd gefasst. Haben wir überhaupt Traitor oder seid ihr alle dumm? Also einer ist ja unten rausgefallen. Das war wahrscheinlich schon Tau oder Tim, ne? Ja, ich glaube ich habe schon Tau oder auszusehen gekillt. Wahrscheinlich. Auszusehen. Ja, es war schon witzig. Stehe ich voll zu. Und Tim hat am Anfang versucht mir was zu schenken. Aber irgendwie. Ah! Okay. Bart? Alles gut? Nee. Ja, ich habe nur eine Deagle, aber hier war irgendwas im Flur. Ich glaube da liegt auch jemand. Wir sollten aufpassen, Johnny. Geht ja nicht zu nah ran. Ich wette es ist ein Boom Buddy und das ist Traitor. Nicht eh drücken. Nicht eh drücken, ne? Doch, doch. Nein, nein. Ich bin nur noch nicht nah genug dran. Ich habe die Sch... Hä? Okay, funktioniert gar nichts. Ah. Oh, shit! Alter, weiter auf einmal. Was war das? Den Düm Düm Düm! Warten wir auf Traitor, Tim oder Tim Tau? Hallo! Tim Tau, glaube ich. Wui! Better manage Trader Smurf. Ey, ja, sorry, ne? Da habe ich dir die Traitorunde ein bisschen... Ah, ist okay, wenn ich Schalter bin, dann bist du als erstes tot. Ui. Aber du warst Traitor, oder? Ja, ja. Ja, dann... Ist okay, aber... Deine Mutter. Ne, ich finde das schon krass, wie viele Random Kids du in letzter Zeit machst, Johnny. Ah! Aua! Ich bin eh nur geweckt. Oh, äh, die Fenster sind teuer. Hm, aber die... Hier liegt schon wie eine Leiche im Flur. Jetzt! Da liegt ne Leiche im Flur. Irgendjemand hat die Kisten kaputt gemacht. Wir waren gerade auch von Johnny, oder? Da liegt ne Leiche. Ich bin's nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Und ich kann es beweisen. Hier ist Kleister. Ah, Chantau ist oben. Warum ist Chantau oben? Ich war gerade am Fenster noch, das hast du gesehen. Ja, aber vielleicht bist du ja auch einfach von da gekommen. Das ist der Name... Das ist der Name... Christo ge... Crispy. Hier ist noch ein kleiner Raum, komm mal mit Bart. Also, na gut. Nee, ich mach jetzt mein... Crispy Christo. Wo ist denn hier der Herd? Ja, ich bin nicht so begeistert. Hallo? Ah, hier. Wo sind denn die Leute? Die Map ist doch echt nicht groß. Wie kann ich es schaffen, mich die ganze Zeit verlaufen zu verlaufen? Die ganze Zeit schon hier oben. Wirklich? Ja. Aber dann musst du... Ernsthaft? Ja. Ich hab mich hoch teleportet, aber sag's niemandem. Bin später. Ja. Ja. Ich hab grad das Gefühl, ich hab was verpasst. Es steht einfach in der Ecke und hat den Baseballschläger in der Hand. Hahahaha. 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 Sehr gut. Hahahaha. Ich schritte zu dem random Johnny, hinter den Wand mit dem Bell verschliggene Hand. Bist du den Snop? Hahahaha. Ich hab den nur runtergezogen. Was? Ich hab grad Bauchwehe. Ouhi. Hahahaha. Ja, dann kann man es leider nicht identifalten, ne? Hahahaha. Ja, der war Traitor. What the fuck? Hahahaha. Okay, Tim ist es. Die stirbt gar nicht. Tim assist. Ich bin auf dem Dach mit Tim. Wo ist denn Tim? Oben? Oben auf dem Dach. Ja, du kannst gerne kommen, du bist bestimmt nicht der Traitor. Mein Joga-Pikaboo. Figaro! Ey, warte mal. Warte mal. Schießt auf mich, du fucklappen. Blazgis Traitor. Schießt der Spider auf mich, ich bin verwirrt. Mann, oh. Hä? Hm. Okay, aber kurz gebühren. What the fuck? Ich komm wieder runter, ich komm mein Christo weiter. Mein Christo, man. Ja, mein Crispy Christo. Er hat hier schon, ist schon alles Wichtige da. Er braucht bloß noch ein Weitchen. Banane, Orange. Papaya. So, ich hab 37 AP. Und mein Name ist grün. Das sind die Infos, mit denen ihr jetzt was anfangen müsst. Glaub ich dir nicht. Du hast mich angeschossen auf die 37 AP. Why? Oh mein Gott. Siehste? War der Tim, war wirklich ein Traitor? Ja. Er hat mich doch einfach weggemacht, Trigger. Hey, warte, 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 warte. Ja, ich weiß ja, dass Tim... Ich dachte mir im ersten Moment, Tim kann es nicht sein, weil er hätte Johnny niemals so verkauft. Und dann dachte ich mir, ah ok, es ist Tim, genau weil er Johnny so verkauft hat. Warum hattest du den Baseballschläger in der Hand? Ja, bis dahin kam keiner um die Ecke und ich dachte mir, wenn, dann kommt einer so um die Ecke wie du, so nah. Ja, es ist einfach ein Traitor-Kollege gewesen, der uns allen gesagt hat, oh Johnny... Ich wollte nur gucken, was du da machst. Ja, und dann stehst du halt da und ich überleg, hau ich den jetzt einfach um, oder nicht? Ich hab einfach nur einen Baseballschläger weg und sag, Tim ist Traitor, ich bin Proof. Ich hab einfach nur einen Lachkick gekriegt. Das sah so fucking lustig aus für mich, Johnny. Ja, kann ich mir vorstellen, ey. Vor allem... Gut, dass ich aufnehme. Ich schleich so um die Ecke und dann mit diesen scheiß Baseballschläger in der Hand. Ich weiß auch nicht, ey. Oh, Mann. Johnny schneidet sich bestimmt nicht rein, weil er seine Fans hat. Kann die Bleden auch fällig nicht reinschneiden diesmal. Nicht so viel Zeit. Warst du da? Oh, Leute! Ach, scheiße, ein Regenbogen. Das war Tim, das war Tim, oder? Nein! Das war Tim, das war Tim, oder? Ich schwöre nicht! Das war Tim, oder? Junge! Ähm... Okay. Wie viele Leute sind denn jetzt gerade gestorben auf der Treppe, wenn ich runter war? Okay, Schanktaus! Ich kenn die ganzen Waffen leider nicht! Tim hat sich versteckt und so ist das Ding gezündet, oder? Ich war das nicht. Wie viele Reinstächer sind das da? What the fuck? Also, Tim ist runtergefallen. Ich hab' ich jetzt getötet, aber ich kann ihn nicht identifien. Ich hab' Sachen identifiet. Bist du? Der kann ja auch um die Ecke stehen, ne? Ich hab' ihn gerade getötet, der ist runtergefallen. Aber hier war so'n komisches... Oh, Bart ist es. Warte mal! Das ist jetzt... Wollte ich damit vom Dach kicken! Nice! Bart! Och, Manno! Ich mein' well played! Manno, Shanti! Vertraue mir doch mal! Ja, was ein großes Ding! Die nächste Folge findet ihr bei... Ich hab' ehrlich gesagt weiß es gar nicht. Äh, Christo! 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 Abonniert natürlich bei Instagram, bei HartwithBart, bei Twitch oder bei Chantau. Da könnt ihr auch einfach bei Twitch oder so vorbeischauen, ne? Bis zum nächsten Mal! Euer Johnny! Okay! Ey Johnny! oon! bis zum nächsten Mal!